Hallöchen herzlich willkommen zu Borderlands ich wollte die Fische abgeben wenn ich gerade vor dem schwarzen Brett stehe. Ja mach ma. Oh, Raketenwerfer. Der Leviathan. Ah ja, du kriegst auch gleich die Baffe hier. Vier Mario. Aber sechs Kugeln, ne? Hm. Was sind ja bloß 404. Fein! Sieh mal ab! Yeah! Nice! Bäm. Es gab noch mal was. Ich hab ein Team-Mod bekommen hier. Sicher auch irgendwas schönes. Mhm. 36% Team-Nahkampf-Schaden. Naja. Schade. Naja. Scheiße. Sieh dir das an. So, dann haben Crazy 100 neue Aufgaben für uns. Dann sagt man die mal holen, ne? Hm. So crazy. Ja. Aber jetzt kann ich mit Raketen rumschießen, ohne dass du dich beschwerst. weil jetzt macht's kein Boom mehr. Nein. Ja. Warum? Weil. Jetzt mach's bloß auf Plottsch. 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 Hatte mit Schleimwaffe hier. Alter Schleimwaffe. Oh yeah. Hatte die auch nicht schönes? Nö. Hm. Hm. Mal gut, ich kann rein tun, aber dann haben wir kein Team mehr. Na, wir haben kein Team mehr. Was geht denn jetzt? Hahaha. Das hab ich schon ziehen. Ich tu was rein, dann haben wir kein Team mehr. Hm. Kein Schild mehr. Okay. Nein. Über nicht. Crazy Earl wird in der gewohnt. Ach. Weil ich da wo Crazy Earl steht. Ja. Mhm. Du hast ein perfekten Menü. Haha. Jetzt mach, ich bin aus dem Menü raus. Und nochmal irgendwo auf dem schwarzen Brett, aber ich weiß nicht, ich hab das vorher nicht verstanden. Du? Äh, in the middle of nowhere. Ja. Alles klar, dann holen wir uns die auch gleich. Äh. Das dachte ich jetzt, jetzt geht's gleich weiter. Mit der Hauptquests? Nee. 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 Nebenquests. Mehr Nebenquests fallen. So. Crazy Earl hat weitere Jobs, die ihr diesen Kammerjäger anverfahren müssen. Ah. Dreckig. Super. Schau mal kurz die Mission. Das ist nicht so scheiße. Das ist nicht so. Aua. Jetzt fick dich. Bleib mal jemand dann gleich beim Schnellreise, dass man gleich weiter können. Ja. Was willst du? Ölzer Freude rette Öls besten Freund von der Banditen in Trash Coast. Okay. Level 22. Dorthin, wo, 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 wo gesagt hat. Na, ich geh' gucken. Ähm. East Coast. Was? Rust Commons East? Was? Was? Keine Ahnung, was du hast gesagt. Na, ich weiß nicht, ob wir in the middle of nowhere schon, äh, in the middle of nowhere West Commons East. Ach, das ist das Ding, ich weiß. Das schwarze Brett hier. Ja. Ist doch gleich beim Reiseboothafen. Ist doch gleich beim Reiseboothafen. Denkst du eigentlich auch? Ja. Ja. Der finde ich auch gut. Mach's hüttisch, kommen immer noch Leute zu. Immer wieder mal. Oh, zwei Sachen. Köder-Tausch, Warschau und Ausschuss. Hallo. Am schwarzen Brett in the middle of nowhere sind neue Missionen angeschlagen. Hm. Haben wir grad gemacht. Okay. Dann gucken wir mal. Wo sind die guten Dinger? Sind das wirklich hier zufällig? Wo allen zufällig? Alle in Trashcoast. Ach, nun helfen wir mal Schiffelversenken um vergessen abzugeben. Also, nach Trashcoast. Das sind alle Missionen. Ist doch gut, wenn man es ja, Trashcoast, Trashcoast war. Ach, der oberste Römer. Ja. Ich bin noch runtergepft, warum war das Reise total. Ja, das ist gut, dann kann man alle an einem Punkt machen. Oder Kinder ist doch noch nur eben kurz. Nein. Ja. Ich will die eine noch abgeben. Wo waren die? Frischer Fisch. Im Gottesnamen. Hm. Keine Ahnung. Mach's rein, dann sieht's. Ja, so geht's mir auch. Mach's rein, dann sieht's dann. Ich mach ihn eine rein. Hey, kommst du hier? Hey, hast du die Lenz-Warten gesehen? Ja. Warum schickt denn jemand eine Armee her? Huch. Hui. 17.000, ich bin nicht schlecht. Jetzt ist's ja der andere. Ich schiebe da warte mal, Mann. Tja, mach's gut. Joooo. Nein, 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 nein. Ich hab mich verklickt, deswegen. Jetzt kann ich wieder die... Ach komm, das ist doch kacke. Vorher konnte ich immer die... Ach, jetzt geht's ja. Äh, wie hieß das Ding? Trash, 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 irgendwas mit T. Trash, warte mal. Äh, Trash Coast. Trash Coast, glauben wir denn überhaupt schon mal? Glaub nicht. Sieht auch nicht so aus, als ob ein Schnellreise-Ding. Hm, nee, tatsächlich nicht. Okay. Wo soll man hinten? Wo zeigt die Karte hin? Da, wo wir immer rausgehen. Das geht nach Ding, nach Mittelding, oder? Kann schon sein. Ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Na, warte mal, warte mal. Äh, na, 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 na. Ich glaube, es geht dorthin. Alle Wege führen nach Rust kommen siehst. Ich glaube, ich glaube es. Ich bin mir nicht 100% sicher. Nein, müssen wir nicht extra dahin düsen. Komm, mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Äh, nach da, wo geht's da hin? Geht's da nicht zu Earl? Geht's da zu Earl? Ich glaub schon. Dann gehen wir zu Earl! Meine Fresse. Heute ist was los, ne? Tja. Ja, aber dann hätte er doch jetzt angezeigt, dass wir nach Earl reisen müssen. Ach komm, Loki. Nein, das, bei ihm geht's dann einfach irgendwo anders weiter, deswegen. Loki, jetzt geh erst mal durch raus! Ich bin noch gar nicht mehr drin. Ah! Ich hab auf die Karte geguckt, wo wir hin müssen. Da war alles schon entschieden. Alles war drin. Tobi will zu seinem Freund Adolf Ördl und dann ist gut. Vielleicht. Nö. Nö, er sagt, wir gehen wieder raus. Ach, dann geh mal aberti hier raus, mal gucken, wo wir landen. Na gut. Roskomin West, okay. Komm, wir bekommen doch. Da durcheinander hier. Dass wir hier anzeigen können, in welche Richtung man gehen muss. Also mal ziehe. Mitten im Getümmel. Da oben müssen wir hin. Oh, ich glaube da gibt's neue Sachen am Start. Oh, ich glaube da gibt's neue Sachen am Start. Ich lauf da jetzt schon mal hin, weil... Ich lauf da jetzt schon mal hin, weil... Ich rege lasse, ich hab's schon so auch eingebrockt. Wollen Sie mitfahren? Ja. Ja. Boah, komm. Ich weiß nicht wie, aber... Da ist nichts, wo man festhängen kann. Ich weiß nicht wie, aber... Was war's, wenn man fest verskinen kann. Oh, ich war's. Ich weiß nicht wie, aber... Ja. Ich weiß nicht wie, was ich. Ich weiß nicht wie, was ich. Wenn du so sagst, was du machen kannst. Lass dich überrasst, was du schiefst. Oh, ich bin... Hier, hier richtig? Ja. Danke. Ah, Gott, ich bin der Buckelrunde hier. Ganz unten nah. Nö. Ey, heimlich abgetrennt hier. Abgetrennt. Gedrängt habe ich gesagt. Hier wurde keine Trennung vollzogen. Hey, guck mal, hier so gestattet dich denn. Äh, Tala. Guckt das Navi, funktioniert das? Nee. Hä? Ah, ernsthaft. Hä? Über die Brücke, wir gehen. Gehen oder fahren? Fahren. Nein! Sehr gut, links und dann rechts. Mache ich, mache ich. Rechts, rechts, rechts. Beigefahren. Zu spät. Stopp! Ja. Tobi. Ach, so noch müssen wir laufen müssen. Weiß ich nicht, das sieht das nicht. Da kann man ja nicht hinfahren, als muss man laufen. Da. Da steht da nicht. Da steht da nicht. Lalalalalalalala. Hier wird auch der Kleppi versteckt irgendwo. Hallo? Ja, da oben sieht ich aus als Würste jetzt. Oh, neues Gebiet, neues Gebiet. Oh, okay. Trash Coast. Trash Coast. Hallo, Clap. Ein Punk-Clap-Trap ist hier. Doktor, was für dich? Punk-Clap-Trap? Ja? Hier bist du nur hochgekommen. Zu Fuß. Und die Tür ist vom Weg. Ach, da, ja. Ich seh's. Der hat so oft Mad Max geguckt. Oh Gott. Ich finde den ziemlich cool. Trash Coast. Oh, ho. Arenen gibt es überall auf Pandora. Du musst dich vorbereiten. Du bist sehr weit gekommen, aber noch ist es nicht vorüber. Und noch ist keine Zeit zum Ausruhen. Vieles hängt jetzt davon ab, wie du dich weiter verhältst. Diese letzte Prüfung wird die schwerste. Alles klar. Prüfung. Angst. Ah, nix gescheits. Nö, nicht mehr. Die Schilder sind toll. Ist dein Gegner besser bewaffnet? Kauf dir auch eine bessere Waffe. Sind die Gegner besser bewaffnet? Kauf dir auch eine bessere Waffe. Nur wo er recht hat? Ja. Wir müssen... da lang, wo ich hin will. Rettet mich erst mal Öl. Bestenfreund. Öl bestenfreund. Öls bestenfreund. Ich sage so, ne Brust der sichischen Tod. Und Öl ist zwar stärker. gar keine... Was ist das? Ah! Ich erinnere mich an so ne Höhle. Ein Traumhaft. Ein Traum in Pink, ja. Leo. Leo befällt das. Ich weiß nicht. Ne. Sehr gerne. Ey, Verfahrenspunkte. Wisst ihr noch, als die Autos gegeben haben? Und einer von uns immer fast kaputt gemacht hat? Wow. Äh, nur ein bisschen... Deiner. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Hä? Arschlecken, wir kommen mal nicht hoch, oder? Machen wir mal andersrum. Weiter, umdrehen. So mies. Da gibt's gar nichts. Achso. Ist da einfach. Der schluckt. Mit Aussicht. Der schluckt mit Aussicht. Das wäre interessant. Aber ohne Treppe nach oben. Ah, okay. Yeah. Also, von der anderen Seite entlang. Und jetzt höchstwahrscheinlich ist da auch zu. Das heißt, wir müssen rechts hoch. gut. Oh, zu. Ich mach auf. Okay, wir müssen hier aufmachen. So, wie die Leute, gingen. Mmh. Wir hatten keine Ahnung. Das war mal so. Ja. Du bist so, die Leute. Wir müssen hier. Hey, wir müssen hier aufmachen. 103 erfahrung ja ich weiß wir sind ein soldat ja ja und ich hab zu 96 erfahrung das hier greift relativ 2 ein paar holzbrücken dann komm ja 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 Ich glaube, der hat mich nicht gewonnen. Soldat! Oh, das ist ein Artefakt! Ein Artefakt! Ich kann nicht schießen. Kommst denn du jetzt her? Ich bin ein Artefakt! Da ist ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Ja! Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Der war halt! Ich bin ein Artefakt! Loki! Ja? Jetzt kommt es mit dir! Dann werden wir dann vorbei! Ich werde die ganze Zeit irgendwo hin teleportiert! Was? Wo ist was du mitnimmst? Da! Du bist dann auf dem Artefakt! So tot! ZIT! Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Je mache das an... Ich bitte ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Er, Ingenie wird es nicht so schwer! Ich bin ein Artefakt! Ich bin ein Artefakt! Schön hier oben hat man nicht eingegriffen. Da ist ein bisschen langweilig. Sniper. Sprechen sie dich aus. Tontorben schießen, voll toll. Apo Tontorben schießen, da kommen Tontorben. Aber wir sind sehr stark, wenn wir nicht mehr. Das ist ein bisschen. Heeh. Was ist das? Lalalala macht das langweilig von allen kannst du irgendwo runterschießen? nein ich bekämpfe 1 zu 1 gegen so'n Spider genau der sein Kuppel ist schon tot aber er will ja nicht sterben die Trefferquote nach oben wie das denn geht in die Erfahrungsquote doch komm ich hab 8 860.000 ja die Graniten die Raketen gehen gut bei diesem Endviecher ja übel toll bei allen Dingen weil es auch noch Säure ist ich kann mir grad nichts schöneres vorstellen ach du musst mal diesen Revolver bringen und dann 80 mal drauf schießen dann geht das auch ach ach ich bin super wo Elektro Schaden macht wer vergisst genau das will ich Soldat und Sniper Schiengewehr Eat, Skag and Die Okay In der Hütte? Da müsste er drin sein oder? Ja Ähm Ach du Kacke Ist das sein Freund? Sieht so aus Lass ihn mal raus Der macht nichts Hm, tschau Frau Sonny Was machst du? Den hab ich grad freigelassen Wo ist der hin? Der läuft hinter dir Aber meine Bissung sagt immer nicht, soll ich hier sein Ja Hä? Ich bin verwirrt Jetzt ist er befreit Ja So So Was haben wir hier noch? Was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge machen wir Haussuche Wie gibt dich zum Crashkurs und erledigen Blender Klingt doch Und weiteres Puzzle? Ja oder Köderforschung? Ach wir machen sie erst Haussuche So Leute, vielen Dank bis zu sehen Ich hoffe noch bis zum nächsten Mal bei Borderlands Das gilt natürlich nur für Youtube Twitch geht gleich weiter Tschüss Tschüss Tschüss